Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das DAX-Analyse für Mittwoch, den 7.10.2020. Und hier heißt es wirklich... Puh, retzendig, wer kann einfach halt, ne? Raus aus dem Ding, Trump ist aus dem Krankenhaus zurück. Man merkt's, also... Wahnsinn, der Typ wahrscheinlich direkt zu Hause im Oval Office angekommen, erst mal Metatrader aufgemacht, Short-Position platziert, und sich gedacht, ha, wie krieg ich die jetzt wieder rein? Mensch, 12.69, denken alle 13.000, hm, was mach ich denn? Ich tweete einfach mal, wir stellen Stimulusverhandlungen ein, das geht bestimmt. Busch. So, was macht Trump? Entdeckt Proffe, zack. So, also, Sie müssen mir aber versprechen, Sie erschrecken jetzt bitte nicht, wenn Sie auf meinen Chart gucken. Das könnte etwas irritierend wirken, weil es Ihnen instinktiv, wenn Sie es jetzt sehen, einen Gedanken in den Kopf pflanzen wird. Dieser Gedanke ist aber ein gefährlicher Gedanke, weil er sie vermutlich gegen die Bewegung, gegen den Trend orientieren kann. Also, bevor wir das jetzt gleich angucken, besprechen wir erst mal, was könnte jetzt passieren. Es könnte jetzt passieren, dass der Markt natürlich jetzt dieses Ereignis, auch der europäische Markt, ja erst mal verarbeiten muss. Das heißt, die ganzen Mühlen, die jetzt anspringen früh, die Entscheidungsträger, die jetzt vielleicht sagen, ha, das ist jetzt ein bisschen Risiko, vielleicht kommt da noch was und so weiter und so fort, kann durchaus sein, dass da eben jetzt noch Nachwegen kommen, uns den Markt über den Mittwoch durchaus noch belasten kann, von dem, was da jetzt am Dienstag runtergeschossen wurde, einfach weil es impulsiv kam. Das war eine technische Trendvorgabe, einfach, das war eine impulsive Bewegung. Das Einzige, was eigentlich noch fehlt, war ein neues Tagestief, das haben wir nicht mehr geschafft zum Abend. Und wenn er jetzt aber nach oben aufdrehen sollte, dann kommen wir jetzt zu dem Bild, was wir jetzt haben. Und das meine ich, im Grunde ist er genau auf unserer Route. Ja, also wir haben erwartet, dass er hier jetzt oben ein bisschen rumdruckst, hier im Bereich um 69, 89, vielleicht sogar noch mal kurz zurückzuckt, einmal zurücksetzt im Bereich 8, ja hier irgendwie so eine Mitte. Ich glaube, wir haben gar kein richtiges Kursziel benannt und sich von dort dann eben in den Ausbruch rausbegibt. So, wenn wir das jetzt sehen, können wir jetzt eigentlich nur sagen, ja, der ist ja auf Bewegung, also der ist auf Kurs. Und so muss man auch rangehen, also sollte der zum Mittwoch gar keinen Abwärtsgap bringen, sollte der vielleicht sogar einen Aufwärtsgap bringen und sich Stück für Stück weiter hoch erholen, in erster Linie vielleicht einen 98, 900 Anlauf, von dort noch mal ein bisschen nach unten stänkern, aber dann schnell Ruhe reinbringen, dann wird sich Long suchen. Weil wissen Sie, was der dann macht? Dann rennt er das kaputt oben. Und in dem Moment, wo er über diesen Schuss drüber hinaus geht, sind alle, die hier Positionen abgestoßen haben im Minus. Die müssen dann wieder raus. Und das an der oberen Kante von einem Flackenbruch, uiuiuiuiui, also das kann richtig knallen. Da kann es sogar sein, dass dieser Rücklauf hier einfach wegfällt und der Dax direkt oben raussteigt. Ja, da muss man auch mit dem K.O. ein bisschen aufpassen. Also dem würde ich hier, ich würde eigentlich oberhalb von 12,69, 12,89 würde ich nicht unbedingt mehr im Short rum hantieren. Also wenn, dann wirklich nur ganz abgegrenzt halt. Also nicht jetzt, dass man dann auch sagt, man hat hier oben Stopp oder K.O., ich glaube, das geht in die Hose. Also man, wir haben es gestern auch gesagt. Wir haben gestern auch gesagt, ich würde Short nicht grundsätzlich verbieten. Einfach weil wir ja noch fallende Hochs haben, uns per se in einem Abwärtstrend befinden und davon durchaus ausgehen können, dass so ein neues Hoch hier auch wieder abverkauft wird. Ne, das haben wir gestern gesagt. Das ist durchaus die Erwartung und deswegen würde ich nicht sagen, dass Short jetzt total gestrichen ist und verboten und Teufel, komm raus halt. Ne, genauso wie man auch in der aktiven Aufwärtsbewegung jetzt den Long nicht komplett abschreiben darf in dem Moment, wo sich der Dax wieder aufbäumt. Ja, aber was ich nicht machen würde, ist hier oben. Hier oben würde ich nicht mehr rumshorten. Also das wäre mir echt zu heiß, einfach weil wir einen technischen Ausbruch kriegen und der Ausbruch hätte das Ziel hier oben. Also 12, 4, 5, 40. Das wäre das Ziel vom Ausbruch in dem Moment, wo hier die Flagge bricht. Und darüber hinaus natürlich 5, 70. Ja, das sind die beiden Ziele in dem Moment, wo die Flagge bricht. Und wenn der das umdreht, diesen Schlag nach unten und hier drüber läuft, über die 69, wir haben im Premium-Dienst hier sogar noch eine TA liegen. Ich werde die rausnehmen, wirklich. Ich glaube, also, ne, ich möchte sie wirklich an der Stelle dann rausnehmen. Ich möchte hier dann auch keinen Short mehr. Man kann das dann probieren im Kleinen, aber man muss dann nicht mehr mit zu viel Engagement reingehen. Hier auf der anderen Seite würde ich jetzt schon noch in dem Moment, wo er sich wegdreht und unten raus weiterarbeitet, dann kann ich mir das vorstellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Abwärtsgap kriegen und Sie sehen den nur ganz so flach zur Seite und dann fängt er wieder an, nach unten zu zeigen, dann Short. Ja, das sind so die Momente, wo ich sagen würde, kann man sich Short suchen. Was haben wir gestern gesagt? Gestern haben wir gesagt, also, wenn er gleich mit der ersten Stundenkerze hier unter die 840 sticht, dann wäre das Short, das hat er nicht getan. Er ist dann später erst runtergekommen. Ja, also eigentlich war das eine Short-Vorlage. Ja, eigentlich war das auch im Grunde das, was ich in der Analyse gemeint habe, aber er hat sich verwandelt gekriegt halt. Er sollte bis 750 und er ist bei 775 schon wieder nach oben gedreht. Hat sich dann Stück für Stück einfach wieder hochgekämpft, hat dann auch eine schöne markante Stundenkerze gesetzt. Also im Stundenchart sah das dann auch schon, da sah es schon ein bisschen vollendet aus. Wir hatten auch im Dienst, hat man ein Mails geschrieben, wenn er dann über 823 wieder drüber hinweg geht. Übrigens, die 823 war ein Long-Signal bei uns, weil da so eine impulsive Kerze nach unten kam. Das ist auch eine. Mit dem gleichen Prinzip, also gerade, das geht jetzt an die, die unsere Mails mitkriegen. Das gleiche Prinzip, was wir im Intraday, im Kleinteiligen beschrieben haben, mit dieser 823-Kerze, das würde hier im Großen dann greifen. In dem Moment, wo der Markt das dann wieder auskundert hat, das knallt auch nach oben. So wie das mit Überwinden von 823 nach oben geknallt hat, vielleicht hat das noch der eine oder andere im Sinn. Das ging ja dann direkt hier auch ein ganzes Stück durch halt. Also wir haben bei uns dann im Chat, ich fand, das hat eigentlich gepasst. Das Einzige, was nicht gepasst hat, war hier am Ende dann Trump mit seiner Meldung. Das hat dolle quergestochen. Er hat vorher ein Short-Signal gegeben, dann hat er sich Long ausgekontert. Und dann kam erst dieser Schlag von Trump, das war schon ein bisschen fies gemacht. Ich glaube, da waren nicht viele mit dabei, außer die, die eben hier vorher gegen einen Trend gewuchtet haben und noch nicht ausgestoppt waren. Aber ja, so, also, theoretisch, wir haben zwei Möglichkeiten, hoch und runter. Das heißt, wir können hier den Trigger mit hinnehmen, weil sie müssen sich jetzt nicht hinsetzen und müssen sagen, ja, hoch und runter, was soll ich machen? Sie haben ja den Vorteil, in dem Moment, wo sie jetzt 8 Uhr in den Handel reingucken, in dem Moment, wo sie 9 Uhr sehen, wie er sich verhält, dass sie dann schon sehen, für welche Richtung sich er entschieden hat. Und das geht auch nochmal an die Jungs, die am Montag mit der Montagsregel so rumgestänkert haben. Also, was heißt rumgestänkert? Die, die sich schwer getan haben, auch 16 Uhr die Bedeutung noch zu verstehen, dass, wenn wir sagen, ein bestimmtes Niveau ist entscheidend, wo der DAX bis Tagesende hingeht, dass man selbst, wenn man erst 15 Uhr oder 16 Uhr feststellt, Mensch, ich habe hier die Hälfte verpasst, jetzt die Richtung und die Regel trotzdem noch wirkt und das wird zum Mittwoch genauso. Das heißt, auch wenn sie vielleicht den Start verpennen, ich will ja immer gar nicht, dass sie direkt am Start investiert sind, sondern ich möchte ihnen eigentlich mit diesen Routen, mit diesen Optionen Möglichkeiten an der Hand geben, dass sie auch im Tagesverlauf eben merken, auf welche Route sind sie eigentlich und dann noch mitgehen. Die meisten, die haben ja gefühlt 9.45 Uhr die ganze Morgenanalyse schon wieder vergessen. Also, ich fand das heute zum Beispiel im Chat, wenn ich das mal positiv hervorheben darf bei uns, wir haben ja einen kostenlosen Chat bei uns auf der Seite Konstantin, wunderschön gemacht. Es war der Einzige, der früh gesagt hat, das ist mein Plan, das nehme ich mir vor und er hat das gehandelt und es hat geklappt. Viele andere, da hat man schon den Eindruck, die gucken sich zwar die Morgenanalyse an, machen sich vielleicht auch selber Gedanken, aber sobald sich das Ding bewegt, dann wären die einfach nur geil und dann wollen die auch was machen und dann machen die irgendwas und dann klappt es halt nicht. Aber in dem Moment, wo sie einen Plan haben, wo sie sich einen Plan formen und das machen wir mit der Analyse, dann sollten sie auch innerhalb des Tages das immer mal wieder reflektieren, ihren Plan als auch die Analyse. Dass man einfach sagen kann, okay, ja, jetzt ist 14 Uhr, wir stehen jetzt bei 8.90 Uhr, der Martin hat gesagt, wenn der Markt unten rausfällt, dann fällt er wahrscheinlich direkt von Start aus, also muss ich davon ausgehen, dass wir weiter hochlaufen. Und dann kann ich am Nachmittag da auch noch Mann long suchen. Man muss doch nicht immer von der ersten Minute und vom absoluten Tief mit in der Bewegung drin sein halt. Also das einfach nochmal so auch jetzt, das wollte ich gestern eigentlich schon erzählen, habe ich es vergessen, jetzt bietet es gerade nochmal an, das einfach nochmal mitzugeben halt. Also das, was wir machen, das hat durchaus für den Tag Wirkung, das ist eine Tagesanalyse für den kompletten Mittwoch. Ja, und das heißt, wenn ich sehe, dass der hier oben rumturnt, dann plane ich noch ein bisschen mit ein. Dann plane ich ein, dass er vielleicht an die 13.50 Rand geht, dort ist jetzt hier die Channelkante. Dann plane ich vielleicht ein, dass er ein Gap close macht bei 13.110. Ja, und dass er vielleicht von dort nochmal einen kleinen Pullback macht und sich dann echt auf den Weg macht, hier oben rauszudrehen. Wenn er das aber gar nicht bringt und mir jetzt hier von der Aufwärtsbewegung eine völlig verkümmerte Aufwärtsbewegung weggestellt hat und die schon zu Ende ist und er jetzt hier unten wegbricht, dann ist das Short. Ja, und auch wenn Sie sich gestern erinnern, was wir hier unten in dem Bereich gesagt haben, haben wir gesagt, hier sollte man einfach auf Shortseite trotzdem vorsichtig sein. Es ist ein Rücklaufbereich. Wir haben gesagt, Rücklaufbereich 7.50, 7.30, selbst dort unten kann er sich noch nach oben drehen. Deswegen sollte man vorsichtig sein, wenn er auftritt, weil er dann eben nach oben mitgehen kann. Ja, so und jetzt sage ich Ihnen hier, wenn der Markt unter 7.80, unter 800, weiter abwärts tendiert, unter 7.45 auch, sollte man davon ausgehen, dass der sich durchfühlen kann. Ja, 47, 6.95, 6.40, 5.70, das sind jetzt so Punkte, die sind möglich. Und wenn er es völlig übertreibt und völlig, ich sag mal, vielleicht sogar mit dem deutlichen Abwärtsgap reinkommt, was er offen lassen will, sollte man ja jetzt nicht ausschließen. Das ist ja doch eine eher, das ist eine markante Nachricht. Das ist jetzt nichts Publishes. Ich denke, das haben Sie an der Reaktion gesehen. Sollte er mit kräftigen Gap reinkommen zum Beispiel und das offen lassen, dann sind auch hier unten, das ist wieder Thema halt, ne, alte Tief, 5.40, die 4.70 und so weiter und so fort. Also das bleibt alles bestehen. Und dann hätten wir hier fallende Hochs, wir hätten fallende Tiefs, ja, außer hier mal kurz eine Unterbrechung, ne, aber dann wäre der Dachs auch wieder in einem Abwärtstrend drin. Das ist noch nicht so weit, aber wenn, sollten Sie sich im Tagesverlauf da immer wieder ein bisschen Gegenmappen halten, ne. Und solange der Schwäche zeigt, solange der dann rote Kerzen zeigt, dürfen Sie in schwachen, flachen Erholungszeit immer wieder Shot probieren. Ja, das ist durchaus legitim. Wenn dann aber natürlich hier eine rote Kerze runterkommt und er macht eine grüne Stundenkerze dahinter, die doppelt so groß ist wie die rote, dann seien Sie ehrlich zu sich, sagen Sie sich, ist das das, was ich haben will, ist das das, was ich erwartet habe oder ist das jetzt hier einfach mal eine fette, fette Long-Ansage und dann passt man sich einfach an. Wir müssen uns immer unterordnen, wir müssen uns wie Huren verhalten. Das sind zwei Sachen, die Sie bei mir lernen. Das ist einmal das mit dem Messer und einmal das mit den Huren, ja, und vielleicht noch, dass Sie ein bisschen mit Ruhe agieren. Ja, aber das einfach immer wieder ein bisschen vor Augen halten. Ich denke, wir sind ganz gut gewappnet mit den Routen, dennoch ist es nicht unfehlbar. Sie wissen das, kann auch sein, ich starte mit einer grünen Kerze rein und haut es nach unten raus. Da, wo die Schwäche geht, wir haben unterhalb von 7,45 haben wir Abwärtsrisiken und davor sind wir noch unter Aufwärtsbewegung. Wir haben nicht mal ein tieferes Tief gemacht. Wenn er jetzt einen Aufwärtsgap bringt und nach oben treibt, was macht er? Jetzt läuft er zurück. Da hat er Spaß dran. Da lacht er noch. Da lacht er, wenn der oben wieder bei 39 steht und sagt, ich habe euch alle verarscht. Ja, weil Trump vielleicht hier unten sein Long reingelegt hat. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Spaß natürlich, aber wir wissen doch, wie es läuft. Gut. Also das haben wir im Kasten. Tagesschart ist an sich jetzt hier, ja, umgekippt. Das sieht jetzt eher mehr nach einer roten folgenden Abwärtskerze aus. Auch wenn es ein Inside Day ist, der ist im Vortagshandel gewesen. Aber, ja, man muss da natürlich auch sagen, es waren die letzten 10 Minuten jetzt hier Kriegsentscheidend gewesen. Oder zumindest 10 Minuten in der ganzen Kiste waren hier Kriegsentscheidend um die Tageskerze zu formen. Aber in den 10 Minuten wurde Volumen gehandelt. Der Kurs ist nicht einfach nur gefallen, weil er Langeweile hatte. Da wurde Volumen umgesetzt. Und der DAX hat sich auch zum Abend sehr schwer getan, das direkt wieder auszukommen. Und das sieht man häufig, wenn so ein News-Impuls kommt, dass der Markt dann so in die Kerze wieder rein implodiert und das direkt wieder zurückläuft. Das war ja hier jetzt nicht der Fall. Also, Tagesschart gibt Risiko nach unten. Zwei-Stunden-Chart sagt, Vorsicht, noch nicht zu früh abschießen. Halt, ne? Halten Sie sich mal aufs Pulver. Vielleicht etwas trockener. Ja, und man sollte hier tatsächlich auch noch den Trigger abwarten, denn er ist noch in der erwarteten Aufwärtsroute. Das ist eingezeichnet und eingeplant gewesen, dass Sie aus dem Bereich Rücksätze kriegen in dem Bereich. Ja, gut. Dann, ich mache hier aus, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was rauskriegen, machen Sie ruhig, lassen Sie sich nicht reintreiben, ne? Also, in dem Moment, wo Sie den Zwang spüren, Sie müssen was handeln, weil Sie was verpassen, dann machen Sie direkt die Kiste aus und lassen den ganzen Tag das Trading sein. Das wird kein guter Tag für Sie werden, das kann ich versprechen. Die Momente, wo man denkt, was verpassen zu müssen, macht man immer das Verkehrte. Das ist Naturgesetz. Immer wieder. Ne? Also, wenn Sie was machen wollen, machen Sie sich einen Plan, überlegen Sie sich, wie Sie agieren und dann notieren Sie sich den, schreiben Sie sich den auf und dann ziehen Sie ihn durch. Und dann verdienen Sie Respekt und Geld. Respekt von mir, Geld für Sie. Ja, aber ist doch gut. Oder? Klingt gut. Muss ich mich nicht über Sie dann lustig machen, weil ich sehe, dass es nicht funktioniert. Ich mache mich jetzt hier aber keinen lustig, aber Sie wissen, wie ich es meine halt, ne? Indem ich Fehler Ihnen erzähle, die Sie gemacht haben. Das ist ja nun auch nicht unbedingt jeden Tag immer wieder angenehm, wenn man sich das dann, wenn man sich immer wieder erkennt, ohne dass man davon wegkommt. Ja, also da darf es nicht bleiben. Da muss sich was ändern. Da muss sich was bei Ihnen ändern. Okay? Gut. Dann denke ich, wir haben das Wichtige besprochen. Ich habe Ihnen ein bisschen ins Gewissen geredet, das ist mir jeden Tag sehr wichtig. Es ist einfach wichtig. Es ist einfach wichtig, denn es gehört zum Trading dazu. Es ist das Wichtigste überhaupt. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bis morgen. Tschüss. Tschüss.